Hey Christian, was machen wir eigentlich als Cold Opener? Pssst, das ist ein Geheimnis! Uuuuh! Es ist kein Geheimnis, das das Beste an einem Geheimnis ist, wenn man es ganz im Geheimen weitererzählt. Und so reiht man ganz geheim, Geheimnis an Geheimnis, zu einer geheimen Geheimsammlung, aber das ist geheim... Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte, zu einem neuen Rang und Namen, dem Format, in dem wir zu verschiedenen eher dümmlichen Kategorien unseren Senf dazugeben und jeweils drei Vorschläge machen, wer denn diese Kategorie gewinnt. Und dann werden wir uns demokratisch mit zwei Leuten dazu entscheiden, wer gewinnt. Und an meiner Seite natürlich Christian. Hi! Schönen guten Tag, lieber Marius. Was haben wir denn das letzte Mal? Miesepeter hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal. Miesepeter, das war eine ganz schöne Folge zum Runterziehen. Keine gute Laune verbreitet. Absolut, heute wird es mystisch auf jeden Fall. Wir haben uns entschlossen dazu, die größten Geheimnisse der Film- und Serien und... Film- und Serien, Punkt. Mehr lassen wir nicht gelten. Geschichte auf jeden Fall hier darzulegen, beziehungsweise zu sagen, ja, was ist denn das beste Geheimnis? Und du warst erst noch nicht so begeistert von der Idee, weil man natürlich vieles reininterpretieren kann, diese Frage, oder? Ja, für mich war so ein bisschen unklar, soll es jetzt um plot-inhärente Geheimnisse gehen, also die, die in der Handlung des Filmes liegen, soll es um Geheimnisse gehen, die die Produktion eines Films betreffen, das Ganze drumherum, so Fun-Facts quasi, die man immer mal wieder liest und erfahren kann und die aber wenige Leute wissen. Das war so mir unklar. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Idee dieses Formats, dass nicht immer ganz trennscharf ist oder nicht ganz eindeutig ist, worum es gehen soll und daraus sich die unterschiedlichsten Interpretationen entspinnen können. Genau, die besten Rang- und Namenfolgen sind die, wo es ein bisschen kontroverse Meinungen natürlich gibt und wo verschiedene Interpretationen möglich sind. So auch heute ist nämlich alles erlaubt, also von Geheimnissen im Film über Geheimnisse über Filme, alles Mögliche. Also, die der Kreativität waren, keine Grenzen gesetzt. Mal gucken, ob wir uns dann, also ob unsere Kreativität damit mithalten konnten. Also, ich kann schon mal sagen, ich habe diesen kreativen Raum nicht ausgeschöpft, ich habe nicht sonderlich kreative Antworten hier mitgebracht, aber das ist auch gar nicht nötig, wenn man einfach die besten Sachen im Köcher hat, die man hier verschließen kann. Und insofern habe ich das gar nicht nötig. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich habe ich das gewonnen, also diese Folge, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das beste Geheimnis habe. Es geht nichts über dieses Geheimnis, aber wir werden schauen, aber auch ich habe, ich wollte was Metamäßiges mit reinpacken, habe so ein bisschen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, den einen Film, der ein Regisseur nicht gemacht hat und man weiß heute nicht, welcher Film es war oder sowas. Solche Geheimnisse der Filmgeschichte, habe ich hier nicht mit drin, tatsächlich. Ich bin ja mal gespannt, wer soll denn anfangen von uns beiden? Immer der, der fragt. Okay, gut, ja dann beginne ich doch einfach mal mit einer ziemlich klaren Sache, würde ich sagen. Denn Marius, wir sind uns glaube ich beide einig, die besten Geheimnisse sind die, die den Plot tragen und am Ende in einem großen Knall aufgelöst werden. Also klassisch das Geheimnis, dass es zu lösen geht und welches Genre ist natürlich, dreht sich einzig darum, dass ein Geheimnis aufgelöst werden muss. Ja, ich höre, ich sehe ein, ich will lösen, ich will lösen. Ja, ein Finger. Aber, also, vielleicht haben wir dasselbe Genre tatsächlich für unsere erste Idee, aber nicht den selben Film, da bin ich mir sicher. Ich würde sagen, der Krimi. Das ist exakt richtig und da gibt es natürlich einen, würde ich mal sagen, prototypischen Krimi, den man hier mit auffüllen kann. Der schon fünfmal, fünfmal verfilmt wurde, zweimal davon fürs Kino. Eine Geschichte von Agatha Christie. Ja, das ist die ursprünglich aus dem Jahr 1934. Oha, ja schön, dann haben wir hier mal eine Doppelung anscheinend. Nein, nicht, aber es geht um Mord im Orient Express. Es hat etwas an sich, so ein Durcheinander von Fremden, tagelang zusammengepfercht, nur um von einem Ort zum anderen zu belangen und sich nie mehr wiederzusehen. Das ist mein erster Pick, den ich hier einwerfe, Hercule Poirot an Bord des Orient Expresses. Dabei wird ein Mann getötet, ein Geschäftsmann mit zwölf Messerstichen. Es gibt zwölf Verdächtige, alle von denen haben ein gutes, nachvollziehbares Motiv, aber bei keinem gibt es wirklich vernichtende Beweise dafür. Also ein klassisches Houdanit und Marius, ich muss den Film jetzt leider spoilern oder die Geschichte jetzt spoilern, who did it? Everybody. Genau, alle haben es getan, alle zusammen. Was das Schöne an diesem Geheimnis ist, um diesen Mord herum ist, dass es noch mit einem zweiten Geheimnis verknüpft ist, nämlich mit der Entführung und dem Tod eines kleinen Mädchens vor etlichen Jahren, der kleinen Daisy. Ja, und der Tote ist quasi der Entführer und der Mörder dieses jungen Mädchens gewesen. All diese Leute im Zug haben sich versammelt, um sich an ihm zu rächen. Und beide Geheimnisse werden in einem Atemzug aufgelöst. Das eine bedingt das andere. Es ist quasi eine Geheimnis-Inception. Nee, das ist überhaupt nicht die richtige. Inception ist ja Einpflanzung. Aber es ist ein Geheimnis innerhalb eines Geheimnis. Bei beiden macht es, wie gesagt, gleichzeitig Klick. Und vor allem, es ist ein prototypischer Krimi-Plot, ein abgegrenzter, isoliter Raum. Es gibt klare Verdächtige. Und am Ende durch die Auflösung unterläuft es dann auch noch die Erwartungen. Und ich denke mal, als Film würdest du oder als Paradebeispiel für den Modern Orient Express die Herkülperow-Fassung von Peter Ustinov hervorziehen? Du kannst dir nehmen, welche du möchtest. Schon Unterschiede in der Machart. Ja, natürlich gibt es Unterschiede in der Machart. Ich habe jetzt einfach als Einzige, habe ich tatsächlich gesehen, die von Kenneth Brenner und mit Kenneth Brenner. Jetzt auch noch mal ins Gedächtnis gerufen, weil ich Tod in A Haunting in Venice geschaut habe, kürzlich. Und ja, also letztendlich kannst du aber nehmen, was du willst, weil das Geheimnis ist ja in beiden dann doch plottechnisch gleich. Also der Mord und der Fall um die kleine Daisy. Ja, der Fall ist gleich, das stimmt tatsächlich. Auch die Auflösung ist gleich. Aber mehr Charme hat natürlich der 70er Jahre. Ich bin aber auch kein großer Kenneth Brenner. Ich glaube 1974 oder sowas. Wer ist denn nochmal auf Englisch? Murder on the Orient Express. Heißt zumindest der Roman im Original. Ja, und ich meine dann tatsächlich auch der. Es ist nicht der Originalfilm, du hast es ja schon gesagt, der wurde öfter zerfilmt. Ja, 1974, genau. Ich wollte wissen, von wem er ist. Sidney Lumet. Nee, genau, der hat den mal gemacht. Ja, genau. Hat den mal gemacht, also berühmter Regisseur, der ein bisschen mehr drauf hat, als Kenneth Brenner. Das nur dazu. Ich mochte Mord und der Orient Express. Genau, warum ich das Ganze überhaupt nicht so ausführe, ist, dass ich den 70er Jahre Film so sehr mag, wegen seinem Look, wegen seinem Charme, wegen diesen Schauspielern, die irgendwie alle da, diese berühmten irgendwie reichen Funsel, die dort aber in diesem Zug halt verstecken. Und Herr Kühlperu, gespielt auch, glaube ich, in dieser Fassung von Peter Ustinov, auch das schauen wir ganz schnell nach. Da hast du nicht recht, Albert Finney spielt. Stimmt, Albert Finney, ja. Es ist nicht Peter Ustinov, aber auch Albert Finney, meiner Meinung nach, macht das schön. Und, ähm, ja, ist ein sehr klassischer Agathe Christi-Fall. Aber ich mochte die Auflösung nie, tatsächlich. Das Geheimnis ist gut, aber ich mochte nie, es waren alle. Das ist so, das ist die Kriminalversion von, es war ein Traum. Also so, das ist der easy way out, ne, irgendwie, es war eine Gemeinschaftstar zwischen alle und das war sehr unbefriedigend, als ich den gesehen habe. Und als ich das Remake gesehen habe, wusste ich nicht mehr, wie es ausgeht. Und dann war das wieder unbefriedigend. Das war ein bisschen unschön. Ja, kann man natürlich so empfinden. Andererseits finde ich das halt in der Hinsicht schön einfach, dass es die Erwartungen untergräbt, dass du nicht am Ende sagen kannst, wenn du den Fall noch nicht kennst, ach, ich hatte ja mal irgendwo zwischendurch bei Minute 53 den Verdacht, er war's, deswegen hatte ich recht, sondern du, man kommt halt irgendwie nicht drauf. Also man wird so oder so kalt erwischt. Und das macht ja auch irgendwie ein gutes Geheimnis aus, dass man nicht da hinter die Lösung kommt. Ja, genau. Aber man kann mitraten, man fühlt sich mit schlau, aber am Ende kommt hier ein Büro und der ist nochmal schlauer und gibt einem dann die richtige Lösung. Übrigens, das ist dann halt mir bei Tod auf dem Nil passiert, also dem zweiten Kenneth Branagh Film. Da wusste ich, schon zur Hälfte des Films war sehr klar, wer da den Mord begangen hat. Er tot auf dem Nil krankt daran, dass man halt meiner Meinung nach so zwei Möglichkeiten hat, wer es war und dann so 50-50-Chance. Das macht einen der Filme so ein bisschen, oder auch der Originalfilm, oder ich sag immer Originalfilm, der 70er-Jahre-Film halt, die Version, auch relativ einfach, deswegen mag ich den auch nicht so. Aber ich sag mal so, ich leite mal über, auch wenn es relativ schnell ist, denn wir können weiter munter diskutieren, denn Mord-A-Mord-Express ist der zweitbeste Verfilmung eines Agathe-Christi-Romans mit Hercule Perrault und es gibt noch einen Film, der besser ist und der die bessere Auflösung hat und deswegen habe ich den hier. Das Böse unter der Sonne. Also, ich habe ihn durch den ganzen Lebensmittelladen gejagt, erst zum Gemüse, dann zum Brot, dann zum Fleisch und bei den Eiern habe ich ihn endlich gepackt. Tut mir leid, ich finde das nicht sehr witzig. Von mir öfter mal vorgestellt ist die beste Verfilmung, die ich zumindest gesehen habe von Hercule Perrault, Peter Ustinov, diesmal in der Rolle des Ermittlers. Und das Schöne dort ist, dass wieder dieses Setting, also wir haben so eine, wo ist es, Griechenland oder sowas, so eine kleine Insel, so ein kleines Ferienresort, wo wieder nur reiche Schnöse vor Ort sind, die sich alle mal so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger leiden können und dort eben ihren Sommerobel verbringen. Eine Frau stirbt und das Schöne daran ist, Peter Ustinov als Herr Kölberu schaut sich das paar Tage lang an, in aller Ruhe, wirklich redet mal mit hier, tröstet mal dort, geht mal schwimmen, mal planschen, raucht dort eine Pfeife, trinkt ein Whisky und irgendwann so nach dem Motto, naja gut, jetzt sage ich es euch auch, wer es ist. Also der ist schon fast gelangweilt, weil er eigentlich Urlaub hat und tut dann am Ende der versammelten Schar an Bonsen erzählen, wie der Mord dann wirklich geschehen ist. Kleiner Spoiler, auch an dieser Stelle, es war ein Ehepaar, was die Frau umgebracht hat und der entscheidende Hinweis an dieser Stelle war eine Uhr, die zurückgedreht worden ist. Auch ganz klassisch. Also der Mord war eigentlich an einer bestimmten Uhrzeit und man dachte, ah, die kann es nicht gewesen sein, weil sie hatte eine Uhr, die diese Uhrzeit angezeigt hat und zu diesem Zeitpunkt hat sie was Bestimmtes getan, aber die Uhr war halt falsch. Das war so der Knackpunkt dahinter und dann gibt es noch so ein paar andere Indizien, auf die man nicht wirklich selber kommt. Also Peter Ustinov und Herr Kupero macht hier schon deutlich, wer hier schlau ist und wer dumm. Wie immer. Ja, wie immer. Es ist so ein bisschen typisch Agathe Christi, gebe ich zu. Aber dadurch, dass es nicht alle waren, sondern wirklich einen klaren Personenkreis gab mit diesem Ehepaar, was ein Geheimnis hat, gefällt mir das halt noch ein bisschen mehr. Es ist wirklich ein sehr, sehr klassischer Houdanit-Film und sehr, sehr klassischer Houdanit-Geheimnis, Krämmerei, aber in Perfektion ausgespielt. Und deswegen mein Kandidat hier ins klassische Feld reinzurücken, ist das Böse unter der Sonne. Ja, hatte ich ja damals vor drei Jahren oder so gesehen, nachdem du den, ich glaube, in unserer Geheimtipps-Folge lustig vorgestellt hattest. Also hier schließt sich der Kreis nach fast vier Jahren. Ja, das Ding ist halt einfach, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Also woran ich mich noch erinnere, ist das Szenario. Das ist wirklich das Außergewöhnlichste an dem Film, würde ich mal sagen, mit dieser wahrscheinlich schon Mittelmeerinsel. Auch da abgegrenzter Raum, begrenzter Personenkreis. Ich erinnere mich noch, dass es irgendwie um eine Flasche oder ein Objekt ging, was irgendwie von einer Klippe geworfen wurde und im Wasser gelandet ist, was jemand gesehen hat. Aber ansonsten weiß ich nichts mehr über die Auflösung dieses Rätsels, beziehungsweise auch gar nicht über den Mord an sich. Und das, ja, disqualifiziert so ein bisschen das Geheimnis für mich. Also das Drumherum, schönes Szenario, schönes Setting, aber das Geheimnis an sich ist doch, das ist doch ein klassischer, um nicht zu sagen langweiliger Kriminalupport. Nein, 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 langweilig nicht, aber klassisch. Da gebe ich dir recht. Deswegen steht es hier auch ganz am Anfang. Es ist halt nicht so ein easy way out, wie es waren alle, sondern man muss hier schon mit den Fingern. Du meinst, ist es nicht so was Besonderes wie bei Modern Modern Express? Wie gesagt, ich war davon sehr enttäuscht, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das ist nicht clever oder außergewöhnlich, sondern es war sehr unbefriedigend tatsächlich. Und ich möchte am Ende auf den Mörder zeigen und sagen, du blöde Sau, oder in diesem Fall, ihr blöden Säue, warum habt ihr das getan? Gut, aber hier ist so gut wie keiner sympathisch, außer die gute Maggie Smith, die dort hier mitspielt, in einer frühen Rolle. Ja, also da gehen unsere Meinungen, glaube ich, so ein bisschen auseinander. Ich finde es aber trotzdem lustig, dass wir hier zwei Agathe Christi-Hodunit-Filme reingebracht haben. Und dass du mich nicht nervst mit dem Wannabe-Agathe-Christi-Fan. Vielleicht ja noch später. Wir schauen mal. Ja, dann war es das auch mit der Folge. Ich gehe mal auf meinen zweiten Pick. Und ja, Marius, ich glaube, wir sind uns einig, die besten Geheimnisse sind die, die nie aufgeklärt werden. Und bei denen man sich zwar fragt, was ist hier los, warum passiert das gerade, aber bei denen es am Ende keine Lösung gibt. Und umso besser ist das, wenn diese Frage, beziehungsweise die Antwort darauf, eigentlich auch völlig egal ist. Und das ist der Fall bei meinem zweiten Film, den ich hier reinwerfe, nämlich Groundhog Day. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin erstochen worden, erschossen, vergiftet, bin erfroren, aufgehängt, unter Strom gesetzt und verbrannt worden. Oh, tatsächlich. Und jeden Morgen wache ich auf ohne einen Kratzer am Lab. Keine Schrammer am Kühler. Ich bin unsterblich. Das Geheimnis an der Sache ist, warum erlebt Phil Connors, gespielt von Bill Murray, eigentlich den gleichen Tag immer und immer wieder, hundertfach, tausendfach. Was hat ihn in diese Zeitschleife gebracht? Warum gibt es diese Zeitschleife? Ist das ein kosmisches Ereignis, ein Akt eines bösen Geistes oder von Gott, uralte Mächte, die angebetet wurden und jetzt nicht mehr angebetet werden? Ist es der Zorn des Murmeltiers oder ein viel zu langer Albtraum? Völlig egal, was zählt, sind die Folgen daraus. Nämlich eine wunderbar bissige Rom-Com, das Charakterporträt eines Misanthropen, der sich so einem Milch zum Altruisten wandelt und schlussendlich seine Liebe findet. Und ja, der sich eigentlich grundlegend ändern muss, um den grauen, kalten Winter zu entkommen, sowohl dem realen als auch seinem emotionalen inneren Winter. Und das ist für mich das Schöne, dass einfach dieses Geheimnis da ist und da bleibt und bis zum Schluss nicht aufgeklärt wird. Denn ich glaube, wenn man Groundhog Day heute, 30 Jahre später, drehen würde, dann würde am Ende noch die Aufklärung kommen, die Auflösung kommen, warum wiederholt sich der gleiche Tag hier wieder? Und damit würde dieses Mysterium einerseits zunichte gemacht werden und andererseits in den Vordergrund gerückt werden, anstatt das, worum es wirklich geht, nämlich diese Charakterwandlung von Phil Connors. Ich gebe dir an zwei Punkten recht. Einmal, dass das heute anders gemacht werden würde in einem potenziellen Remake, was, sind wir mal ehrlich, auch nur eine Frage der Zeit ist. Dann wird irgendeine ... Manche würden ja sagen, der wird ständig geremakt, wenn es um Zeit schleifen geht. Ja, okay. Aber dann ist halt seine Angebetete, ist dann irgendeine Wissenschaftlerin oder sowas, die das dann noch herausfindet. Und du hast schon erzählt, irgendeine kosmische Strahlung, whatever. Who cares? Genau, darum geht es nämlich. Das ist toll an Groundhog Day. Und dann im Geheimnis natürlich, dass es egal ist. Also selbst, ich glaube, selbst Bill Murray interessiert sich nicht dafür. Also er akzeptiert auch einfach sein Schicksal. Was, glaube ich, alle so nach spätestens zwei Zeitschleifen machen würden. Einfach so, ja gut, jetzt ist es halt so. Also macht mal nix, weiter schaffen gehen. Also, das mag ich auch. Nur, wie gut ist ein Mysterium, wie gut ist ein Geheimnis, wenn ich nicht darüber nachdenke. Nicht einmal in meinem Leben habe ich mir gedacht, warum ist der eigentlich in der Zeitschleife? Also wenn es mich einfach nicht interessiert. Hast du nicht während des Films darüber nachgedacht, warum ist er in der Zeitschleife, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Nee, ich habe das als Plot einfach anerkannt. Ach komm, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich habe lange nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Also seit Ende Teenager-Tagen oder so. Also ich finde, das fragt man sich ganz natürlich, wenn man den das erste Mal schaut, fragt man sich natürlich automatisch, warum passiert das hier? Also erst mal fragt man sich, was passiert hier? Dann, warum passiert das hier? Und dann, natürlich wird das nicht weiter verfolgt, weil alles andere in den Vordergrund drückt. Aber dieses Geheimnis bleibt ein Geheimnis und es ist Grundlage für den weiteren Plot. Da hast du recht. Aber dafür, dass es einfach so ein schönes Gedankenexperiment ist, in dem Fall, ich meine, das haben wir ja auch, darauf gründen ja auch Black Mirror. Darauf gründet der Erfolg von Black Mirror. Aber da wird ja auch dann diese Idee immer komplett ausgewalzt und meistens dann auch erklärt am Ende. Und hier passiert das nicht. Ja, also vom Prinzip gebe ich dir recht, du bist ja auch kein Fan von Inception, wo Dinge dann erklärt werden. Also ich finde beide Ansätze vollkommen okay. Hier passt es natürlich auch eher zum locker, leichten Rom-Com-Charme und zum Bill Murray-Charme, dass da jetzt nicht irgendwas komplett erklärt wird. Aber nein, ich habe mich das nicht gefragt, auch weil ich glaube, ich wusste, dass auch vorher was passiert. Also ich kannte die Grundprämisse von Groundhog Day schon. Und dann denke ich mir nicht so, what? Der wacht an der Seilschleife auf. Was geht denn hier ab? Wie kann das denn sein? Sondern ich habe es einfach als Plot akzeptiert. Was Filme öfter machen sollten. Einfach ein Plot und scheiß da der Hund drauf, warum das jetzt so ist. Ist einfach so. Das ist nur mal die Geschichte. Denk doch nicht immer drüber nach. Hauptsache ist es in seiner Welt halt schlüssig. Aber das ist ja hier der Fall. Und insofern weißt du doch, dieses Geheimnis oder die Güte dieses Geheimnisses gar nicht zu schätzen, wozu gibst, dass es gut ist. Nee, es ist gut für den Film, aber es ist kein Geheimnis. Also doch, es ist ein Geheimnis, ja. Aber keins, wobei ich mir Gedanken mache. Und ein Geheimnis, Mysterium ist schon, wo ich mir entweder während des Films Gedanken mache oder zumindest danach und mir sage, hm, aber warum war das eigentlich so? Hm, mysteriös, mysteriös. Und das habe ich halt hier nie. Also alles ist gut, aber das ist eigentlich, also das Geheimnis, das Geheimnis von, an diesem Geheimnis. Wir haben es jetzt nicht Geheimnis-Wortspiele in dieser Folge, fällt mir gerade auf. Ja, nee, nee, gehe ich nicht mit, tut mir leid. Na gut, was ist denn dann deine zweite Frage? Ja, dann mache ich doch weiter. Ich gebe dir natürlich recht, Geheimnisse, die nie aufgelöst werden, sind schön. Aber natürlich ist viel befriedigender, wenn das Geheimnis aufgelöst wird. Aber manche Filme spielen ja auch damit und die geben dir eine Auflösung eines Geheimnisses, worum es in den ganzen Filmen übergeht, was du die ganze Zeit mit rätselst. Aber am Ende ist es ein Meckerfilm. Ein Plottwist, äh, ein Plottwist, ein Plott, ja, auch in diesem Fall ein Twist, aber eine Sache, die eigentlich nichtig ist, eigentlich eine unbedeutende, neben Schauplatz ein Name zum Beispiel, der relativ unrelevant ist. Aber wenn die Hauptfigur das nur mal seine letzten Worte waren, dann wird's kompliziert, weil dann fragt sich natürlich jeder, was war eigentlich Rosebud? Und das ist mein Favorit an dieser Stelle, Citizen Kane. Wegen Rosebud, Mr. Bernstein. Wenn Sie sich alles ins Gedächtnis zurückrufen können, Sie waren mit Mr. Kane doch von Anfang an zusammen. Schon vor seinem Anfang, junger Mann. Jetzt auch bis nach seinem Ende. Schicke ich hier ins Rennen als das größte Geheimnis, als eine der größten Geheimnisse der Filmgeschichte. Ja, man guckt diesen Film. Es geht darum, dass der alte, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt da draußen, äh, Austin Wells gespielte Citizen Kane gestorben ist. Seine letzten Worte waren Rosebud. Und ein Journalist macht sich jetzt von seinen Jugendtagen quasi an, auf die Suche, wer denn dieser Citizen Kane war und was denn Rosebud war. Und jeder, mit dem er spricht, kann was über ihn erzählen und seine Geschichte läuft immer weiter. Nur, was Rosebud ist, wird er nie erfahren. Und wir sehen am Ende, es war der Name seiner Schlitten. Und, äh, ja, ich würde sagen, das ist einer der klassischsten Fälle von, von McGuffin, heißt es, ne? Ich hab das, glaub ich, eben falsch gesagt. Egal. Ähm, und gleichzeitig ein Plottwist und gleichzeitig irgendwie, es ist so eine Mischung aus allem. Aber ich, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand es unfassbar gut, unfassbar kreativ, unfassbar für dieses Alter des Films, das von 1940, das muss man sich mal vorstellen, äh, hier mit dem, mit den Erwartungen der Zuschauer und Zuschauer, äh, zu, zu spielen, äh, großartig. Und das vielleicht eines der bekanntesten Geheimnisse und für diese Liste vielleicht ein bisschen langweilig, für den guten Christian, aber, äh, wir können trotzdem gerne dagegen argumentieren. Ja, ich bin selbst von mir ein bisschen schockiert, dass mir in der Brainstorm-Phase Citizen Kane nicht einmal, auch nur ansatzweise, in die Peripherie meines Gedächtnisraumes gesprungen ist. Insofern, als du natürlich gesagt hast, ein Name, da war es mir schon, da war es mir schon klar, da ist mir die Leuchte aufgegangen, natürlich kommt jetzt hier Citizen Kane. Das große Mysterium, das große Geheimnis um Rosebud, was ist Rosebud? Was sind die letzten Worte dieses Zeitungsmagnaten, dieses Medienmoguls, um den es da geht, der verstorben ist, einsam in seinem, in seinem Schloss? Ähm, klassisch und auch unterwältigend. Ähm, treibt natürlich den Plot voran, aber auch für, für mich irgendwie verbunden mit Enttäuschung, weil ich, ja auch, ich musste ja in der, in der Uni damals, äh, durfte ich, durfte ich einen Vortrag, äh, halten, ein, ein, ein Referat über Citizen Kane, über dessen Erzählstruktur und so weiter. Und mein Prof war total begeistert von dieser Auflösung auch und, äh, von, von, äh, dem, ja, wie sich das hat, wie sich das hat entspannt dieses Geheimnis oder entlüftet dieses Geheimnis. Und ich war damals einfach völlig unterwältigt. Also für mich war das so mit der, die eine, die eine Schwäche des Films vielleicht sogar, wie banal das ist. Aber es ist natürlich auch irgendwie der Reiz des Ganzen, dass es so was Banales ist, ne? Also hin und her, es ist natürlich, ja, also als absoluter Klassiker kann ich da, kann ich da wenig gegen sagen. Tatsächlich. Außer, dass das irgendwie zu obvious ist. Aber, ja, den, das ist ja kein legitimer Vorwurf. Ja, den Kritik muss ich mir einstecken. Wir versuchen ja hier wirklich, äh, nicht die Top 3, äh, ersten Google-Ergebnisse sondern zu nehmen, sondern schon, äh, erst mal wirklich selber nachzudenken. Aber Citizen Kane war nun mal mein erster Gedanke und ich muss den mit reinnehmen. Er hat sich in meiner List hier immer weiter nach vorne kämpft und es ist nun mal ein fantastisches Geheimnis. Es treibt den Plot voran und es ist am Ende was komplett Banales, äh, was genial ist, meiner Meinung nach. Also ich war nicht enttäuscht, aber ich kann's, ne, ich kann's nicht verstehen. Es ist eine der besten Filme aller Zeiten und wie kannst du das nur kritisieren? Ja gut, gehen wir doch. Wir müssen mal eine Klassiker-Folge drüber machen. Oh ja, oh ja. Ja, der kommt auch noch bald. Das wird's auch meiner Freundin freuen, die den Film, äh, ziemlich gehasst hat, als ich ihn damals fürs Studium geguckt habe. Oh ja. Naja, ähm, gehen wir weiter von einem der besten Filme aller Zeiten zu einer der besten Serien aller Zeiten. Ich habe mich ja auch mal für einen Serienpick entschieden. Me too. Und, äh, Marius, ich denke, wir sind uns einig, die besten Geheimnisse sind die, die die Entwicklung einer Figur vorantreiben, ihr Handeln komplett bestimmen und ständig für Spannung und Konflikt sorgen, ja. Und, ähm, ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, das sich über, über Staffeln entspannt, ja, ist, äh, nicht, kommt nicht bei Lost vor, sondern, äh, entspinnt sich um einen Chemielehrer, der aus Geldnot anfängt, Meth zu kochen. Ähm, nämlich Walter White in Breaking Bad, gespielt von Bryan Cranston. Ganz recht. Und jetzt sagen sie meinen Namen. Sie sind Heisenberg. Endlich haben sie es erfasst. Nun weiß ich nicht, ob du Breaking Bad geguckt hast. Ich würde mal fast vermuten nein. Ähm, aber den Plot kennt man natürlich so oder so, ne. Ist ja irgendwie popkulturelles Allgemeingut, ne. Also der Chemielehrer, der Krebs bekommt und jetzt anfängt mit seinen, mit seinen Chemiekunsten, mit seinem Chemiewissen, äh, kocht er supergutes Meth und steigert oder fällt dann immer weiter in moralische Abgründe und in kriminelle Organisationen rein, ne. Und führt dabei so ein Doppelleben im Geheimen. Äh, das, äh, er versteckt das natürlich alles vor seiner Familie, entrückt sich dabei, äh, oder wird dabei immer mehr von ihr entrückt. Und, ja, zunehmende moralische Grenzüberschreitungen. Zunächst lässt er, lässt er Menschen sterben, ähm, und später tötet er dann auch ganz aktiv Menschen. Also es ist immer weiter der, ähm, ab, der moralische Abfall dieser Figur. Natürlich überall die ganze Zeit die Gefahr, dass er auffliegt vor seiner Frau, vor seiner Familie, vor der Polizei, vor seinem Schwager, der bei der Drogenfahndung ist. Und natürlich, man weiß es am Ende oder zum Ende hin fliegt das auch auf. In mehreren Stufen erst, erst vor der Frau, dann vor dem Schwager. Ja, und jedes Mal wird quasi eine neue Stufe der Eskalation, äh, gezündet. Immer, was das für Folgen hat, ne? Die Frau erst verlässt sie ihn, dann schließt sie sich eben so ein bisschen an und unterstützt ihn in seinen Geschäften. Ähm, und dann der Schwager, sobald er es erfährt, dann ist natürlich das große Finale, wird das eingeleitet. Die Geschichte daraus, oder die Moral daraus, dass man solche Geheimnisse, so ein Doppelleben, nicht ewig führen kann, ja? Das wird ewig, äh, kann nicht ewig verborgen bleiben. Irgendwann fliegt das auf. Irgendwann wird's halt, kommt das halt an die Oberfläche. Und was es hier halt so spannend macht über die ganze Zeit, ist dieses Wissensgefälle zwischen der Hauptfigur und uns, was wir um die Hauptfigur wissen, und anderen Figuren innerhalb der Serie, die das noch nicht wissen. Und dieses Wissen, dieser Wissensunterschied, diese Wissensdifferenz, die macht einen Großteil der Spannung und der Konflikte aus in dieser Serie. Ja, also wir haben aber, also das Geheimnis an sich ist ja relativ klassisch, ne? Das ist ja auch Batman zum Beispiel, dessen Identität man nicht wissen darf, oder Duck, Queen, Duck. Ja, jemand tut etwas im Verborgenen, nur um das mal so herunterzudestillieren, ja. Genau. Nein, also ich hab Breaking Bad nur die erste Staffel gesehen, fand's so lala. Und, ja, 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 ich weiß. Vielleicht raffe ich mich irgendwann nochmal dazu auf. Aber, ähm, ja, da wird aber natürlich der Plot an sich schon trotzdem deutlich, ne, und was dort passiert. Und natürlich kenne ich auch, vor allen Dingen durch Memes, äh, spätere Handlungsstränge. Habe ich halt keinen Bezug zu. Äh, deswegen, es ist ein Geheimnis, ja. Er tut halt so, also, er tut halt was im Verborgenen, genau. Und die Leute sollen es nicht wissen. Aber warum das jetzt so ein tolles ist, oder ein besonderes Geheimnis sein soll? Nein, 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 das soll's gar nicht, das würde ich hier ja gar nicht reinmachen, aber es ist einfach ein verdammt gutes Geheimnis. Es ist nichts Außergewöhnliches, aber es trägt die gesamte Serie. Es ist die DNA dieser Serie, dass er dieses, dieses, dieses Doppelleben führt. Und, ähm, ja, immer wieder, äh, ja, Gefahr läuft, dass seine kriminellen Aktivitäten auffliegen, was er alles unternimmt, ja, was sich daraus alles entspinnt. Das ganze emotionale Drama zwischen ihm und anderen Figuren, zwischen seiner Familie, zwischen Freunden und Bekannten, zwischen seinem Partner und dessen, dessen Liebschaften und Familie und Freunden, das ist ganz, ganz großes Kino. Und das entspinnt sich alles um dieses Geheimnis herum. Gut, scheinbar, wie viele Staffeln hat Breaking Bad 8 oder so? Nee, sechs, glaub ich. Sechs, sechs Staffeln, ähm, und die Leute mögen es, also scheinbar trägt das Geheimnis, ja. Mir halt, also mir hat sie eine Staffel bekommen. Erfolg gibt Recht. Erfolg gibt Recht, Marius. Erfolg gibt Recht, ja, ja, ja. Gut, dann möchte ich weitermachen. Sechs Staffeln sind natürlich niedlich gegenüber meinen Pick und meinen Chris-Geheimnissen. Es gibt so ein paar Geheimnisse, die beschäftigen die ganze Popkultur, die ganze Welt, möchte ich sagen. Alle wollen wissen, was passiert. Du hast es schon angesprochen, Lost zum Beispiel, ne, wo alle mitgeritzelt haben, die dort im Serienfieber damals waren. Ich war es nicht, ich hab Lost nie gesehen, deswegen taucht es hier nicht auf. Ist aber wahrscheinlich ein guter Pick, auch wenn die Auflösung am Ende wohl Schrott war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich hab auch nur die erste, da hab ich nur die erste Staffel gesehen. Aber wenn man da so einen kollektiven Raten ist, ist natürlich wahrscheinlich sehr lustig. Mein Pick raten die Menschen und schreiben Theorien und wollen wissen, was es ist, was es sich auf, mein Gott, was es mit dem Geheimnis auf sich hat. So, seit über 25 Jahren. Und es ist noch nicht ausgelöst, weil die Serie läuft noch. Es ist eine einfache Frage, die irgendwann beantwortet wird, hoffentlich, wenn der Autor so lange überlebt. äh, was ist das One Piece? Ich bin Monkey D. Raffi. Der Mann, der euch übertreffen. Und der König, der Piraten wird. Es ist natürlich One Piece. Und auch da kann man mir wieder vorwerfen, das Obvious ist. Aber, kein Geheimnis hat mich persönlich so sehr fasziniert. und zu keinem Geheimnis habe ich mir so viel durchgelesen, zu keinem Geheimnis habe ich mir so viel Gedanken gemacht, wie zu der Frage, was ist das One Piece? Und das seit, wie gesagt, über 20 Jahren. Und mir geht es nicht alleine damit, sondern der gesamten Popkultur geht es halt so. Selbst wenn du One Piece nicht schaust, wirst du irgendwann deine Social-Media-Plattform deines Vertrauens aufmachen und erfahren in der letzten Folge oder im letzten Kapitel, was das One Piece denn nun geworden ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, es kann natürlich noch ordentlich nach hinten losgehen. Am Ende ist es irgendwie, die Reise war das Ziel oder die Freunde, die du unterwegs getroffen hast und sowas, das wäre natürlich das Allerschlimmste, ist es aber nicht. Weil Autor Ichirruder hat gesagt, es ist was Physisches. Irgendwas. Irgendwas. Und ich möchte natürlich jetzt nicht spoilern, aber es sind natürlich viele Hinweise schon gestreut worden und wir kommen der Sache so langsam näher. Nach über tausend Folgen. Nach über tausend Folgen, nach über mittlerweile 1100 Kapiteln kommen wir diesem Geheimnis näher und es trägt nicht nur, wie gesagt, sechs Staffeln weg. Das ist sehr witzig. Sondern 1100 Kapitel trägt dieses Geheimnis. Und Leute fragen sich immer noch, was ist das One Piece? Ja, ich nicht. Du guckst es doch gerade. Du fragst mich nicht, was das One Piece ist. Ja, ich guck's gerade wieder. Wir gucken's gerade wieder. Wir sind jetzt zu einem Viertel tatsächlich ungefähr durch. Aber die Frage hat sich mir in diesem ganzen Zeitraum noch nicht gestellt. Ach komm. Mag sein, dass das später kommt. Bei Crowdupdate denkst du daran, was das... Natürlich, natürlich. Das sind noch nicht mal zwei Stunden. Das sind etwas mehr als anderthalb Stunden. Natürlich, da ist natürlich viel mehr Platz. Aber bei One Piece stellen sich doch die ganze Zeit ganz andere Fragen. Also allein so, was so Logik und so weiter betrifft natürlich auch. Und Charaktermotivation. Von mir aus. Ich weiß nicht, ob das später noch mal eine explizitere Rolle bekommt. Aber in diesen über 250 Folgen, die wir jetzt geschaut haben, war so, okay, das ist ein großer Schatz dort wohl am Ende. Also ich weiß nicht, inwiefern jetzt das Mysterium was anderes sein soll als, okay, da liegt halt ein Haufen Gold und Geld. Ja, nee, das ist... Also die Hinweise deuten nicht darauf, dass es einfach nur Gold ist. Mhm. Ähm, ich darf natürlich jetzt nicht so viel verraten, gerade für die Leute, die jetzt irgendwie die Netflix-Serie dann neu reingekommen sind im One Piece-Universum. Aber auf jeden Fall, natürlich, also die Hauptmotivation des Hauptcharakters, die Ruffy ist, dass er Piratenkönig werden will und Piratenkönig wirst du, indem du das One Piece findest. Also eine Krone ist es dann. Kann sein, weiß ich nicht. Also es gibt verschiedene Theorien, äh, von... Es gibt, äh, große Geheimnisse über vergangene Jahre, die nicht mehr entschlüsselbar sind, über die korrupte Weltregierung und Aristokraten, die alles bestimmen, dass die damit vernichtet werden. Eine Waffe ist im Spiel, eine... Was auch immer. Also es kann, kann extrem viel sein und wir werden es sehen. Es gab nur eine Person, oder von der ich zumindest weiß, die es gesehen hat. Das ist nämlich der ehemalige Piratenkönig, Goldie Watcher. Und allein das macht es ja schon so spannend, dass nur eine Person beziehungsweise seine Crew es gesehen hat. Und, jetzt kommt das Allerschärfste. Das spoiler ich jetzt, sorry. Äh, so ungefähr nach 400 Folgen. Und zwar, hätte Ruffy die Chance gehabt, es zu erfahren, indem er den Vizekäpten von Goldie Watcher trifft und der fragt einfach, ich kann es dir sagen. Und er sagt nein. Also es war, das ist glaube ich auch einmalig in der, in der, in der Geschichte der, der Geheimniskrämmerei, dass jemand sagt, nein, ich möchte das natürlich selber herausfinden und selber damit Piratenkönig werden. Und das ist die ganze Mitte der Version dieses Charakters und auch wenn Christian nicht drüber nachgedacht hat, der Rest der Welt tut es. Halte ich für leicht über, eine leicht übertriebene These. Ähm, ja, aber für mich ist das so ein, so ein ganz klasses Charmec Gaffin auch, ne, auch, ne, also, ähm, ich glaube Hitchcock hat ja MacGaffin definiert als etwas, was die Figuren im Film interessiert, aber uns als Zuschauer, als Zuschauerin nicht interessiert. Und insofern ist dieses One Piece für mich so ein ganz klasses Charmec Gaffin. Alle Figuren in dieser Serie sind da hinterher. Mir ist es scheißegal, was es ist. Ähm, hm, und ja, über, über MacGaffin, das ist ja auch mal so ein bisschen ein impliziter Vorwurf, wenn jemand sagt, das ist halt MacGaffin, der da drin ist, aber das ist ja trotzdem irgendwie, aber es ist ein bewährtes erzählerisches Mittel und, ähm, finde ich jetzt weder prinzipiell gut noch schlecht und in dem Fall. Die Fallhöhe ist halt groß, ne, also die Fallhöhe beim One Piece ist natürlich unfassbar. Also wenn das irgendwas ist, was, was keinen Sinn macht oder was, was die Leute einfach nicht mögen, dann ist es halt, also dann wird die Serie dafür in Erinnerung bleiben, aber das ist. Also sei dir sicher, so, wenn jetzt der, diese Diskussion so, äh, aufgewühlt geführt wird, wie du es mir ja beschrieben hast, dann kann es ja nur Enttäuschung geben, ne, das ist ja, wird ja irgendwie bei, das große Game of Thrones Phänomen sein, alle irgendwie haben große, große Erwartungen und am Ende kannst du nur enttäuscht werden. Oder der Autor hat eine große ADGD, das weiß man halt nie. Wir schauen mal. Ja, weiß man. Es werden immer Leute enttäuscht sein, das ist natürlich klar, aber es soll natürlich jetzt kein One-Piece-Talk irgendwie daraus werden, das haben wir nämlich schon mal geführt, äh, wenn es auch nur über die Netflix-Serie ging, aber, ähm, wenn Christian da mal durch ist mit der Anime-Serie, dann machen wir noch mal da einen Talk drüber. Gut, äh, okay. Bevor wir jetzt zum Ergebnis kommen, noch kurz Snaps, würde ich mal kurz sagen, also Sachen, die wir im Kopf hatten, ich möchte da anfangen mit ein paar Klassikern, Pulp Fiction, der McGuffin, der Koffer, was ist im Koffer, natürlich Inception, der Kreise, dreht er sich, dreht er sich nicht. Geheimnis am Ende, eines der, immer irgendwelche Plot-Twists nehmen, aber das ist auch so ein Twist, der mir natürlich reinkommt. Aber der ist natürlich ein Schlag in die Magen-Gegend an dieser Stelle und, äh, dann hatte ich noch als persönliches Geheimnis quasi einer Figur, ähm, ähnlich wie bei uns sind dies nur ein bisschen gemäßigter, äh, Game of Thrones, das Geheimnis von Ned Stark, natürlich, das er immer mit sich rumgetragen hat. Ja, Oldboy kann man noch mit reinwerfen, ne? Das Geheimnis. Warum wurde Odessu eingesperrt und was ihn dann? Fortan eintreibt anstatt, und sogar die Rache, ja, verdrängt, den, den Gedanken, den Durst nach Rache überdeckt. Hast du noch was? Gut. Nö, nö. Das waren so die klassischen, Ja. Es gibt so ein paar klassische Antworten, ein paar hab ich auch genannt, ein paar hast du genannt und, ja, was, was ist es nun? Wir haben, äh, von meiner Seite aus das Böse unter der Sonne One Piece und Citizen Kane. Genau. Ja, und ich hab, äh, Mord am Orient Express, äh, der Grund für den Murmeltiertag und Waterweights Kochkünste, hab ich's genannt. Ja, normalerweise machen wir das so und ich würd sagen, dass man auch, es hat sich bewährt, äh, tut der eine jeweils bei dem anderen einen Pick rausnehmen, der hier nicht gewinnen kann und bei mir ist natürlich das Murmeltier. also, nee, 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 da hab ich nicht einmal drüber nachgedacht, mein ganzes Leben. Ja, ich hätte sonst vorgeschlagen, dass wir beide direkt Agatha Christie rausnehmen, einfach ausgleichende Gerechtigkeit, aber dann nehm ich einfach deine Agatha Christie raus. Ah, okay. Ja. Okay, gut, kommen wir so. Äh, äh, gut, ähm, ja, dann sag halt, dass wir das Böse nehmen und wir machen Feier. Es ist das größte Geheimnis. Ja, es ist das größte Geheimnis der Seriengeschichte, aber also, die Folge heißt ja wahrscheinlich auch die größte Geheimnis im Film und also, also, also wir können von mir aus ein Serien- und Filmgewinner kühren. Das können wir machen, also es hüttes ein Kane-Horomobiles. Ja, muss man wahrscheinlich machen, ne? Jetzt fühle ich mich schon fast schlecht, weil ich die, weil ich die, weil ich die, weil ich Obvious-Antworten genommen habe. Ja, aber es sind halt also, du hast mit Breaking Bad wo eine Serie, wo du wusstest, dass ich die nicht geschaut habe. Mhm. Aber selber schulden. Vermutlich, ja. Ja, also ich könnte jetzt hier natürlich noch auf den Agatha Priest, also Breaking Bad zur Seite stellen, von mir aus One Piece kann man, kann man, kann ich voll vertreten. Ich nehme auch einfach mal an, das wird auch im Laufe, im Laufe der nächsten fünf Staffeln, zehn Staffeln, die ich noch schauen werde, noch mehr Raum gewinnen. Was ist, was ist das jetzt eigentlich? Ich könnte jetzt mit dir noch drüber streiten, was ist jetzt besser, der Krimi-Plot von Mord im Orient Express mit diesem Doppelgeheimnis und der etwas unkonventionellen Auflösung oder halt der Klassiker schlicht hin, der McGuffin von Citizen Kane. Aber ich will, es hat uns jeweils beides enttäuscht, also mich hat Mord im Orient Express enttäuscht, dich hat Citizen Kane enttäuscht. Ja, aber bei Citizen Kane, ja, Citizen Kanes Intention ist ja durch dieses, durch die Banalität, ja, so ein bisschen zu verdutzen und Erwartungen zu unterlaufen und Mord im Orient Express macht das komplette Gegenteil, indem halt alle einfach die Täter sind. Also, ich kann auch einfach mal einen Doppelsieg haben. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Hast du ja schon mal gemacht, hast du schon mal gemacht, dafür hatte ich mal einen Einzelsieg und es muss ja, wir müssen, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, okay, wunderbar, dann kannst du ja nächstes Mal auch Obvious und ich nehmen und ich bin mal kreativ oder so, keine Ahnung. Ja, mir ist leider kein Meta-Thema, Meta-Messing ist eingefallen, sonst hätte ich das auch. Ja, man hätte jetzt hier irgendwelche Fun-Facts sich zusammengoogeln können oder das Buch von David Hine oder so lesen können noch. Und dann irgendwas auspacken, wo man sich denkt, oh, das ist aber, das weiß ja niemand außer mir und da draußen sind dann irgendwie 20 Leute, die sagen natürlich, das ist die halbe Welt. Das ist immer schwer. Deswegen auf den Plot, auf den Inhalt sich zu fokussieren, das war glaube ich schon die sichere Wahl in dem Fall. Ja, sichere Wahl war es, die sichere Wahl hat gewonnen. Citizen Kane im Filmbereich, One Piece im Serienbereich. Gerne könnt ihr uns auch noch schreiben, was eure Lieblingsgeheimnisse der Film- und Seriengeschichte war. Das muss jetzt auch so im Titel stehen. An den Schnitt, denke dran. Film und Seriengeschichte, da könnt ihr uns gerne schreiben auf kinetagesstätte.com, auf Twitter gerne, falls ihr da noch seid, Instagram sind wir auch, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. YouTube-Kommentar hat letztens jemand bei den Detektiven drunter geschrieben. Ja, könnt ihr auch machen, gerne, lesen wir auch. Und, ja, sonst, habt eine gute Zeit und rätselt ein bisschen, spielt ein bisschen Cluedo, zum Beispiel mit einem, oh Gott, ich hoffe mal, diese Folge erscheint noch im Dezember, aber dann mit einem Rätsel-Adventskalender zum Beispiel kann man wunderbar Geheimnissen nachgehen. Hast du? Hab ich, ja. Haben wir letztes Jahr schon gemacht. Es gibt diese schönen, ich will jetzt hier nicht Werbung machen, aber es gibt diese Escape Room Exit-Adventskalender. Teilweise etwas, naja, ich will nicht sagen schwachsinnige, aber doch zumindest fragwürdige Lösungen. Aber es ist ganz spaßig, jeden Tag so ein kleines Rätsel zu lösen. Oh, sweet. Wunderbar. Da habt ihr noch einen Tipp, also für den Adventskalender wahrscheinlich nächstes Jahr, aber, naja. Bis dahin, habt doch eine gute Zeit und ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020